Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video bei mir, Chaos am Daitlin und ihr seht es schon oder hört es auch und zwar spielen wir hier jetzt den Brawl Stars Parcours in Roblox. Wir sehen hier tatsächlich schon sehr sehr viele Brawler, da zum Beispiel Karl oder ja, ich würde sagen wir starten und oh wir können direkt Karl werden. Oh Leute, schaut mal hier nochmal Karl, sehr 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 nice. Okay und da gibt es direkt was weiß ich, was ist das überhaupt, hä? Okay, was ist das dann? Das hat glaube ich nichts mit Brawl Stars zu tun und ich würde sagen wir starten direkt und wir können auch direkt Crow werden. Aber dazu muss ich mich erstmal töten, glaube ich, damit ich Crow werden kann. Ja, okay. Und Leute, ich finde einfach Crow ja sehr nice hier in der Brawl Stars Hobby. Okay, und da ist auch schon der goldene Bale. Nein! Ähm, das hat niemand gesehen. Okay, Leute. Da, oh wir springen auf diesen Showdown-Symbolen, aber in golden. Sehr sehr nice. Okay, jetzt hier drauf, zack, zack. Hier, okay. Okay, okay. Dann müssen wir jetzt hier auf sowas. Und da können wir Leon werden! Oha, wir können Leon werden. Okay, auch Sally Leon. Oder normal Leon. Okay, ich habe mal erstmal Sally Leon gewählt, oder? Ja, komm. Komm. Komm, wir machen nochmal Leon. Und hier auf Power Cubes springen. Und jetzt hier auf Fischen springen. Okay. Oh! Ups. Ähm, okay. Fische. Die haben zwar jetzt nichts mit Brawl Stars zu tun, aber auch... Es ist ja nicht so ein Drack, wenn wir auch Nita werden. Okay. Wir sind jetzt einfach Nita. Das ist so gut gemacht, finde ich. So richtig nice gemacht, muss ich ehrlich sagen. Okay. Und hier springen wir auf den Matchmaking-Symbolen in Brawl Stars. Okay, dieser Matchmaking-Symbol. Und wir können Tara werden! Okay, wir sind jetzt Tara, Leute. Okay, ich gehe mal da rüber. Aber das ist hier immer so schwierig. Eigentlich ist es nicht so schwierig. Und da sehen wir auch schon die Mega-Boxen. Okay. Oh, hier sind Speed-Coils und Jump-Coils. Die sind safe für Robux. Nein, die sind kostenlos! Was? Was? Oha, warte. Jetzt nicht ver... Oh, ups. Ähm. Ja, das war es mir ja komplett. Jetzt habe ich Tara verloren. Aber könnte ich nicht da rüber springen eigentlich jetzt? Und... Nein. Das geht leider nicht. Okay, schade. Okay, Leute. Wir springen jetzt weiter. Da sehen wir auch schon der Nita-Bär. Und hier ist auch ein Fariko. Und da können wir Spike werden! Und eine andere Tara kommt. Oh nein. Wieso ist die Scheiße? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich mit dem Speed-Coil. Und hier bin ich Spike. Sehr, sehr nice. Und... Oh mein Gott. Da kommt der andere Spike. Was geht, anderer Spike? Einfach sehr, sehr nice gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Und jetzt springen wir auf Mega-Boxen. Hier. Die können wir aber leider nicht öffnen. Schade auf jeden Fall. Okay. Und der andere Spike ist leider auch gestorben, oder? Oder ist das hinter mir? Egal. Ähm. Letzte Halbsache. Oh. Okay. Und da ist noch El Prima, aber der Alte noch. Und ich glaube Piper ist da hinten auch. Ja, aber das sind noch die Alten. Weil das glaube ich so 2019 oder so gemacht worden. Und... Oh nein. Jetzt bin ich gestorben. Jetzt hat der andere immer noch Spike und ich. Was mit mir? Schade. Okay. Jetzt springen wir auf so welchen... Äh. Boxen. Und jetzt bin ich Schläfriger Sandy. Was? Wie nice. Okay. 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 Wo ist die andere? Jetzt Schläfriger Sandy auch genommen. Okay. Da ist Baneten Shelly. Ja. Und da ist wieder Bruce. Okay. Jetzt springen wir auf Juwelenjagd-Symbolen. Die sind so nice gemacht. Auch in 3D. Das müsst ihr euch vorstellen. Okay. 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 Wir waren jetzt durch. Und wir können jetzt Bibi werden. Und da direkt auf Pennies. Ähm. Geschützt herumspringen. Oh. Da fliegt jemand mit so einem Teppich. Ey. Der ist nice. Den hole ich mir glaube ich auch. Ähm. Aber am Ende des Videos. Der ist glaube ich dann kostenlos. Okay. 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 Und... Hier muss ich jetzt durchkommen. Okay Leute. Wir sind jetzt hier. Hier können wir jetzt Sandy werden. Also normal. Ich wurde ja vorerst Schläfriger Sandy. Jetzt normal Sandy. Okay. Was muss ich hier? Muss ich... Hier ist bisschen brennendes. Und... Wow. Mord ist ohne Augen. Ey. Alter. Wie gruselig. Mord ist ohne Augen. Hat der Ersteller dieser Map vergessen die Augen rein zu tun? Naja. Schade. Okay. Und hier auf so einem Laufband. Jetzt darf ich hier nicht fehlen. Und bam. Okay. Sehr nice. Das habe ich dann auch geschafft. Und ich würde sagen. Wir sehen schon gleich das Ziel. Gleich kommt das Ziel. Da bin ich mega gespannt. Okay Leute. Man kann hier einfach rüberspringen. Äh. Einfach cheat. Ich kann einfach rüberspringen. Irgendwie krass. Okay. Aber wahrscheinlich wenn ich jetzt sterbe... Oh. Mortis. Oha. Ich kann jetzt... Ich bin jetzt einfach Mortis. Einfach Mortis geworden. Sehr, sehr nice. Okay. Jetzt müssen wir... Jetzt dürfen wir aber hier nicht fehlen. Weil sonst spawnet jeder da hinten, glaube ich. Ja. Der Checkpoint zählt irgendwie nicht. Nein! Ähm. Okay Leute. Wir haben es geschafft. Wir gehen jetzt hoch und... Oha. Da ist Poco. Okay. Wir müssen zwischen Pocos Beine durchgehen, glaube ich. Weil er geht hier nicht weg. Und wir gehen jetzt durch Poco und... Oh. Wir sind durch. Okay. Wir sind durch. Wir sind durch Poco. Okay. Und hier ist es auf jeden Fall. Wir können jetzt nochmal jeder Brawler werden. Komm. Komm. Ich werde mal... Ich werde mal Spike. Ja. Leute. Ich werde einfach Spike. Sehr nice. Und kann ich Nita werden? Nein. Nicht mal. Und kann ich irgendeiner noch werden? Ne. Außer Leon kann ich noch werden. Aber ja. Das ging ja auch vorher. Aber sonst muss ich mich töten. Okay. Nächste OB. Was gibt es hier? Oh. Hier kann ich anmalen. Kann ich jetzt ein... Roter Spike werden? Oha. Was? Warte. Jetzt bin ich einfach lila weißer Spike. Junge. Wie krass ist das denn bitte? Okay. Dann würde ich sagen... Oh. Wir können diesen Teppich. Wir können jetzt einfach diesen Teppich holen. Okay. Wir holen uns mal so einen Teppich. Und so Speed Coils. Jetzt kann ich einfach fliegen. Warte. Mit Speed 200. Und... Wow. Ist ein bisschen zu schnell. Und Teppich. Oh. Jetzt bin ich... Oh. Okay. Leute. Da sieht man nochmal die ganze Brawl Stars Map. Sehr nice gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Sehr nice gemacht. Wir haben das... Oh. Jetzt bin ich gestorben. Jetzt haben wir das durchgespielt. Und... Ja. So sieht es von oben nochmal aus. Ich werde es noch ein anderer Brawler werden. Und ja. Okay. Leute. Dann war es mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Ähm. Wahrscheinlich morgen. Am Dienstag. Und dann würde ich sagen. Lass gerne ein Abo da unten. Like da. Und wir sehen uns. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss.